Musik Die Reise hier hoch war ja auch schon interessant, ne? Ja, wir sind mit der Brockenbahn gefahren. Ja, mit dem Harzer Schmalspurbahn. Musik Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt mit dem Zug hier oben angekommen auf den Brocken und die ganze Sache erinnert mich an ein 360 Grad Panoramakino. Schau ins Land. Wir gehen jetzt auf den Brockenrundweg und werden diesen eine knappe Stunde lang beschreiten und in die Landschaft gucken. Was sagt dem Zuseher meinen Blick? Genau, ich habe jetzt in die Landschaft geguckt. Musik 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 Das sind ja keine ausgesprochenen Eisenbahn-Enthusiasten. Aber es war schon ein besonderes Erlebnis, die Brockenbahn hier vor dem Hintergrund, Wurmbark und so weiter, zu sehen. Und Schlaufen zu sehen. Ja, toll. Musik 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 Hier im Brockengarten werden alpine und polare Pflanzen angebaut, um sie für die Tauglichkeit im Harz zu testen. Können Sie ein paar Informationen geben? Ich bin bei der Samenernte hier im Brockenarten. Ja, das ist eine Veronika und der Samen, der kommt dann auch in den Botanischen Garten Halle. Ja. Und von dort aus wird es dann auch weiterfischen können. Das ist die Brockenanemone, die nur hier wächst. Und das ist sozusagen die Frucht, genannt auch Hexenbesen. Aha. Da hinten sind auch noch zwei. Das ist das Brockenhabichtskraut. Das ist auch endemisch hier im Brockengebiet. Musik Da geht es einem doch gleich viel besser, ne? So, mit ein bisschen was im Magen, ne? Ja. Ja, jetzt fehlt nur noch Museum und dann fahren wir runter. Ja. Otti. Hm? Ein lang gehegter Bund geht in Erfüllung. Mit dem Touribus fahren. Genau. In Wernigerode. Zum Schloss. Genau. So, Fahrschein haben wir käuflich erworben. Fünf Euro kostet die Hinfahrt. Und, Artrud, was sagt dann die Verkäuferin? Ähm, na, es wurde gefragt, ob es Rabatt für Rentner gibt. Und dann hat es geheißen, nein, Rentner sind bei uns auch schon erwachsen. Wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Alle halbe und volle Stunde können Sie bei uns wieder zusteigen. Die Auffahrt war kurz, aber interessant. So. Und nicht so anstrengend wie mit Fahrrad. So ist es. Wenn ich daran denke, 2015 hier mit dem Mountainbike hoch, war schon heftig. Das ist das Schöne. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. 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 Schönen Tag noch. Na, wie war's? Ja, war sehr interessant. Vor allen Dingen auch die Führung von Herrn Lampert und die Anekdoten, die er zu erzählen hatte. Schöne Anekdoten hat er zum Besten gebracht, war schon nicht schlecht. Ja, zum Teil auch haarsträubend. Ja, durchaus. So, jetzt bereiten wir uns langsam zur Abreise vor, oder? Ich finde, das, was wichtig ist, vergesse ich nicht, aber das ist wohl... Dieter, hier ist ein Knopf und wenn man drauf drückt, dann nimmt er auf und ich hab jetzt schon draufgedrückt. Ja, hab ich mir schon sicher. Das hat Bing gemacht, das hab ich alles mitgekriegt. Und wenn du jetzt ein freundliches Gesicht machst, kriegt das jeder mit. Danke, danke. Das kommt, das. Das kommt, das kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die beiden haben gerade den Zug verlassen und wollen wandern gehen. Die haben zwar eine Fahrkarte, aber beim Halt auf freier Strecke sind die einfach ausgestiegen. Der Harz wurde bereits seit Jahrzehnten als Wirtschaftswald genutzt und da muss man sich nicht wundern. Die Kiefern wachsen schnell und der Borkenkäfer hat immer was zu fressen. Diese Monokultur führte dazu, dass flächenweise der Wald abgestorben ist. Und letztendlich half natürlich auch nicht die Gründung eines Nationalparks 1990, sondern man hat dann Jahre später den Naturwald, den Naturpark sich selbst überlassen. Man hat also nicht mal aktiv in die Population der Borkenkäfer eingegriffen und mit dem Ergebnis, dass der Wald sich auch von allein erholt. Vor gut 20 Jahren hat man erkannt, dass der Wald seine eigenen Selbstheilungskräfte hat und die wurden dann auch mehr genutzt. Also, der Borkenkäfer wurde in erster Linie nur an den Randgebieten bekämpft und wenn mal ein Brand war oder ein Sturm, dann hat der Mensch in diesen Ding nicht aktiv eingegriffen. Ergebnis, der Wald beholt sich hervorragend. Der Wald beholt sich, dass der Wald beholt sich. Angekommen! Wir sind an die Gerode. Wir sind an die Gerode.